und herzlich willkommen zu einer weiteren folge destiny hexeprojekt so geht's doch nun los ab dafür und wir sind glaube ich nicht alleine drauf gewesen so sieht's aus aber gelbe team ist auch da gucken was die machen hallo spinne so wir sollten mal hier weitermachen wie mache ich das denn hier erstmal hier ein bisschen weg kloppen dass wir auf jeden fall sozusagen was hinter hinbekommen dann wollte ich hier unten wasser rein machen dann soll das sozusagen in graben alles reinfließen und dann kommen die monster in der mitte sozusagen und dann können wir die alle pressen ja pressen nicht in dem sinne da könnt ihr mal weggehen halt schaden zu fügen ist eigentlich das einfachste so zu nennen wo ist denn jetzt so das ist jetzt da ist die wand richtig kommt das ja auch noch alles weg gelbe stadt reagiert nicht okay ich weiß nicht was da los ist lalalalala so weiß ich gar nicht was ein packen stein oder so was wir können ein bisschen wieder cobblestone verbrennen das wäre eigentlich auch geil haben wir damit wir haben auch noch kohle gesammelt das heißt wir können passt sechs mehr brenn 1234 so kohle wollte ich ja noch ein bisschen mitnehmen nehmen wir noch zwei einleitern extra mit rein ich glaube da sollten aber auch noch welche sein hallo strauß ist ein bisschen stein drinnen genau können wir die noch reinwerfen können wir gleich so machen und von oben die reinwerfen ich würde sagen kommen machen wir das gleich mit hier das brauche ich das brauche ich hier war auch noch so viel hier wie viel tier gedürzt ist jeder nacht du scherz die ganzen armadillos ey die regen mich etwas auf so kiste 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 das brauche ich später ja die steine könnte ich auch da hinten aus dem ding rausholen das hatte ich ja schon mal gesagt hier 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 aber erstmal unten weitermachen damit unsere mob farm funktioniert so da bin ich stehen geblieben sollte man mein pad hier nehmen mit jeter in auflagefläche ist alles voller kabel weil ich alles mit kabel habe nicht so ein weil es ist eigentlich mal zu laut ich habe das war gerade extrem laut ich hoffe dass man mich gehört hat so xp fahren wir das eigentlich wenn wir das fertig kriegen wir das geilste dann können wir nämlich alles verzaubern haben immer alles verzaubert können es reparieren und haben fette ausrüstung die wir auf jeden fall immer gut benutzen können damit wir halt material bekommen auch so weit bräuchte gar nicht soweit bräuchte gar nicht so das bin ich am überlegen ich nehme mal eben hier den klienzern den ich schon habe ich nehme ich aber überlegen ein sache macht hier ist die mitte richtig wenn wir jetzt sagen wir nehmen die drei hier in der mitte die hier und machen da eine grobe hin vielleicht so ich glaube so ist besser das mache ich mal eben hier setze ich eine grobe hin grobe 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 na komm mach schneller so wenn ich dann hier eine grobe mache ne natürlich noch ein bisschen tiefer ist dann müsste ich von hier dieser stelle acht nach dahin gehen ähm naja von hier eins zwei drei vier f passt ja auch nicht ganz ne eins zwei drei vier fünf sechs sieben und acht alles klar das muss alles weg hier das muss nämlich weg da kommt nämlich wasser dahin und dann kann das nämlich dahin fließen aber du geh mal kurz aus dem loch so das war schon zu viel das pad richtig so das war schon zu viel ach meine güte ey armadillos ihr nervt ein bisschen mich und ein bisschen so machen wir richtig schön hier so wenn wir das jetzt hier so machen dann nochmal zwei drei vier fünf sechs sieben acht und das wäre dann die mitte und dann klei ich da so mit dem stone aus dann kommt hier was denn und fertig natürlich jetzt klar dass es hier dunkel wird so so dann buddeln wir alles hier aus und dann das soll ja schnell fertig werden da hinten an dem turm will ich das ja auch noch ändern dass ich daraus auch eine farm mache boah wie viele dinge da in der mitte sind warum spawnen die denn in der mitte das eigentlich hell genug ich weiß es nicht auch weil die nicht nach unten weg können dann brauchen die ja die spawnen immer mehr und mehr müssen wir mal wieder in das gelroß zum rein rennen geht ja grad nicht schneller hier was habe ich hier drin gehabt ne fischen sie gar nicht lalalalala so jetzt müsste die gleich auch kaputt gehen oder na komm so schnell ist es so schwer ist es auch nicht kaputt zu gehen und dünn 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 das machen wir jetzt links und rechts und den rest klein wir mit wänden aus armadillos ihr nervt aber das ist gewaltig so das 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 da brauchen wir eigentlich wieder nicht aber egal und dann machen wir jetzt so und dann machen wir in der mitte eigentlich wie gesagt zum punkt hin das ist eigentlich ganz clever oh ja die sollst du jetzt nicht benutzen was soll ich noch so machen na komm einen können wir da eben mit wegreißen und den vielleicht auch noch eben warte mal was war das jetzt silk touch ne ja den können wir doch so machen dann haben wir doch gleich die steine auch ein bisschen mit gebrannt vielleicht haben wir eher drauf gekommen naja kommen immer ganz spät drauf soo genau soo hier ist jetzt die mauer zwischen ne der kommt weg ne der kann hier noch hin ja der darf auch noch hin na gehst du wieder zurück dann können wir nämlich alles mit silk touch abbauen hier dann brauchen wir die steine gar nicht so komisch kräften beziehungsweise durchbrennen dann können wir vielleicht die benutzen die wir jetzt schon haben hier muss natürlich auch noch einfach nur dass es ein bisschen besser aussieht dam 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 ja ein, zwei, drei ich will vielleicht den Fenster lassen auch noch das muss ich mal schauen ein bisschen viele da oben aber nur ein bisschen nächste, 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 nächste so paar München haben wir noch die müssen auf jeden Fall Und wenn wir jetzt hier 3 machen, dann heißt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das wäre 8. Oh, Gravel, warte mal, den kloppe ich hier komplett ab. Ich habe ja noch Cobblestone, den ich da rein stopfen kann. Alter, das ist nämlich geil, wenn man Cleanstone hat. Ach, Cleanstone sag ich schon. Gravel findet. Komm schon. Kann aber auch nicht so viel sein eigentlich, oder? Sieht doch ein bisschen mehr aus. Oh, Diamanten. Nice. Jetzt haben wir auch unsere Glücksspitze. Oh, Wetsdown auch gleich direkt. Sauber. Kann man nicht alles benutzen, brauche ich auch alles. Lalalalala. Ist noch drauf. Was er nicht geantwortet hat, ist eigentlich komisch. Komisch. Komisch ist das. Manchmal leckt das hier irgendwie. Aber ich habe 80, 90. Fps habe ich einfach runtergeschraubt, aber das sollte reichen. Das leckt auf jeden Fall nicht. Nur so beim Abbau und irgendwie die Sounds sind so komisch. So wundert ich mich gerade. Ach, Quatsch. Auch noch Kohle hinter. Nice. Na, die müssen wir doch nachgehen. Hier, dem Kohleflirts hier. Den Kohleflirts. Mein Güte hier. Nimmst du das alles mit? Den, 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 den. Baumen abjungen. Kann sich alles bewähren. Das muss jetzt alles zugemacht werden. Das brauche ich nämlich gar nicht mehr. Aber warte mal, Diamanten würde ich schon gerne mitnehmen. Eins, zwei, drei, vier, oh, komme ich da noch dran, fünf, sechsmal. Ich wollte gerade sagen, es sind ein paar wenige Diamanten für sechs Stück gewesen. 14 Stück. Okay, ich habe fast zwei mal rausbekommen. Oh, einige, da ist hier viel drin. Ich glaube, ich kann hier auch Fackeln reinsetzen, sonst spawnt hier auch nichts. Hier eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel. Einfach komplett zu. Ach, wie weit muss ich denn? Äh, eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Achte, da kommt der drauf und der kommt dann einfach nur noch so. Oh, ich habe kein mehr. Zack, zack, zack. Aber ich habe noch so, kann ich das ja jetzt schön machen. Der kommt jetzt hier hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. So, da vier. Ich muss das auffassen, muss ich es genau haben hier. Das kommt erstmal noch weg hier. So, das steht fest. Dahinter muss ich auch noch. Redstone, oh. Mehr Redstone. Mehr Kohle. Yay. Ich freue mir einen Ast ab hier. Ich kriege es dann ab hier. Manchmal ist es auch zu viel. Schon wieder Kohle hier. Die könnte ich auch mit Silk-Touch einfach abbauen, die Blöcke. Aber auch, was soll's. So eine Fackel hier rein. Flop. Hauptsache Material. Oh, da ist irgendwas gestorben, weil der Schwinnfee hinten ankam. Äh, tisch, 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 tisch. So, jetzt machen wir hier zu. So, der ganz so. Ah, so. Nur der hier offen. So, jetzt muss ich... Amadillo, ey. Geh einfach mal sterben. So, Mauer. Eins, zwei, drei, Mauer. Hier ist Mauer. Die tun wir jetzt auch hier rein, die Mauer. Dann hab ich das nämlich weg und muss ich da nicht mehr drauf konzentrieren. Das kommt hier hin. Jetzt kommt dit. Und jetzt kommen wir noch nach hinten raus. Wie weit ist das denn immer? Zwei? Das wird dann passen, ne? Zwei Stück. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Sieben. Da hinten muss das drauf. Das müssen wir eigentlich mal austesten, dass das auf jeden Fall schon mal da hinten passt. Ach, ne. Kann ich auch nicht, weil hier nicht alles voll ausgelegt ist. So, machen wir das mal so. So, wie geht's jetzt hin? Ah, das war klar. Hab ich schon fast denken können. So, das ist doch so ausbauen hier. Müssen wir warten. Oder müssen wir abbauen hier. So lange. La, 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 la. Aber wir haben ja hier zwei da drinnen. Dreier, vierer, fünfe, sechse, sieben, achte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achte. Da muss es drauf. Ja, hab ich denn aber drei Platz dazwischen? Hab ich da auch nicht, oder? Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achte. So. Aber, ich muss leider disconnecten. Und würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.